Ich kann mir vorstellen, nach wen sie sucht. Nicht cool. Da lang, würde ich sagen. So, gedrückt halten. Achso, ich kann kriechen. Uh. Okay. Herrgott, passiert halt, ne? Oh shit. Lebst du noch? Ich glaube ja nicht, oder? Alter, hier ist alles voll mit Infizierten, boah. Buh! Ah. Ha ha ha. Ha ha ha. geht das verziehen das ist das ist der lausch modus gibt es auch noch ja Nice. Also die Ausweichfunktion ist schon mal cool. Das hat mir am ersten Teil ein bisschen gefehlt. Dein Internet ist weg. Oh Gott. Na ja, dann auf jeden Fall danke, dass du da warst und ja. Hoffen wir mal, dass es dein Internetanbieter schnell wieder hinbekommt. Au. Okay, das... Ausweichen ist aber auch Timing, ne? Alter, uah. Ah, wohin? Oh, 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 oh. Das weiß ich nicht, allerdings wäre mir das ganz lieb, wenn ihr vielleicht was rumliegen würde, womit ich meine Lebensenergie ein bisschen hochkriegen würde. Ich habe einen Medikids. Mhm. R3. So, wo lang? Oh, shit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, was dieser Pass? Okay, es kann nicht mehr weit sein. Okay, dann gehen wir mal rein. Okay, dann gehen wir mal rein. So, gibt es hier was Nützliches? Dann müsste man ja mal was essen, um die Gesundheit ein bisschen aufzufüllen, wenn man was gefunden hat. Okay. 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 So, du bist auch noch spannend. genau so macht man das toll hier hätte was gelegen na gut okay dann ging es wohl doch durch diesen spalt da wohl nee ja 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 da hinten sind noch zwei wenn ich das richtig sehe so wo willst du hin okay du läufst hier unten wollen wir doch mal gucken oh 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 die geht wieder okay nice komm schon komm schon schnell 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 muss dann schauen dass ich hinter das andere auto komme oh ne viel hast du nicht verpasst versuche mich gerade ganz gekonnt an ein paar gegnern vorbeizufleichen oh 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 Ha 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 ha! Ha 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 ha! Der rennt mir aber ganz schön viel rum hier unten. Gucken. Ah. Ah, komm schon, komm hoch! Komm! Mitz, mitz! Mitz, mitz! Mitz, mitz! Mitz, mitz! Mitz, mitz! Boah! Alter, warte knapp! Huh! So, einer von der Sorte noch, ne? So eine. Whatever. Clever. Die wollte sich gerade umdrehen. Puh, die Routen lassen sich gut sehen, ja, aber das Problem ist halt, Das Wetter wird schlechter. Wo ist die Straße? Die bewegen sich so unberechenbar und ruckartig, das ist... So. Hufspur. Wo ist die Patrouille? Wo ist die Patrouille? Wo ist die Patrouille? Hier! Das ist die Patrouille! Of... Als wäre es keiner zu Cock LI loaded hat, oben! Ja! Ja ich Newet, Na los. Hier lang. Ben hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Weh, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Kat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ja. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Boah, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Du kannst schon mal da anbinden. Was? Hey. Willst du was spektakulärer sehen? Du willst auf dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Aha. Oh Mann, ey. Komm schon, dumm Kopf. Warte. Ich will erst mal gucken, ob irgendwas liegt. Dann folge ich dir ganz unauffällig. Uh. Muni, muni, muni. Hier geht's lang. Oh Mann, ey. Wie schlimm.